Und die Donner ist das jetzt, ne? Ah. Langsam hab ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's ne Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Cletus hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser Miese. Und wo ist Donner Goal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donner Goal. Ew. Lady Goal hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Cletus ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst? Hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das hab ich von dir gelernt. Oh oh. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt. Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter? Ladies, ladies. Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. Rufus, ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Dir sind wirklich alle Mittel recht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawalgo. Meiner ist es nicht. Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und... mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja, da war ja was. So, wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach zu urteilen in einer Jauchegrube. Was? Na warte! Das werden wir ja sehen. Das machen die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus. Wie kann man nur so lange Selbstgespräche führen? Schon irgendwie gestört? Gestört. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, bevor er... Äh, Cletus? Tja, 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 wo ist er hin? Ja, wo ist er hin? Ähm, ähm, geh schauen wir uns doch mal die Kontrolle an. Jetzt bin ich am Drücker. Dann drücken wir mal. Na, dann wollen wir mal schön alles rückgängig machen, was Cletus hier so angerichtet hat. Das sollte nicht allzu kompliziert werden. Immerhin hat er das ja auch hinbekommen. Ah, was ist denn jetzt los? Ein Countdown. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Ups. Das war knapp. Aber wenn das der Countdown war, was hat Cletus dann hier gemacht? Das stimmt doch was nicht. Hey! Cletus, was soll das? Mach auf, du Feigling! Warum sollte ich? Damit du Pfeife mir wieder in meine Pläne pfuschen kannst? Ich müsste verrückt sein. Tja, wie es aussieht, habe ich das ja schon. Immerhin ist es dir nicht gelungen, die Bombe zu starten. Und? Wer ist jetzt der Idiot? Du natürlich, wie immer. Ich hatte nämlich nie vor, die Bombe zu starten. Aber ich habe dich doch gesehen, wie du... Ich wollte die Sprengung sabotieren, Herrgott. Ulysses Plan war der reinste Irrsinn. Ich habe die Halteklemmen blockiert. Der Organon wird nicht riskieren, die Bombe so zu zünden. Der Schaden für den Planeten wäre gering. Nur der Bombenturm würde zerstört. Und bis sie den Fehler gefunden haben, weiß der Ältestenrat längst von der Existenz der Deponianer. Du solltest mir danken. Ich habe dein Volk gerettet. Und dich leider auch. Vorerst. Mir kommen die Tränen. Du kümmerst dich doch einem Dreck um die Deponianer. Auch nicht weniger als du. Aber ich habe wenigstens kein Problem damit, das zuzugeben. Es geht mir nur um Goal. Aus irgendeinem Grunde hat sie eine Schwäche dafür, dass Deponia seine faire Chance bekommt. Und du kennst mich ja. Für das Lächeln einer Lady würde ich die Welt ins Verderben stürzen. Wahrscheinlich werden die Ältesten die Sprengung trotzdem durchführen. Ich hoffe es sogar. Aber das soll dann nicht mehr in meine Verantwortung fallen. Und seien wir doch mal ehrlich. Mehr hättest du auch nicht für dein Volk getan. Oder? Also. Inwiefern bin ich jetzt die schlechtere Partie für Goal? Und was sollte mich angesichts dessen daran hindern, mit ihr zusammen nach Elysium zu gehen? Hm. Da fällt dir nichts mehr ein, was? Ja. Können wir mit Gliedes reden? Kein grandioser Plan heute. Mach auf, du Feigling. Warum sollte ich? Aus einem fehlgeleiteten Überlegenheitsgefühl. Haha. Dass ich nicht lache. So ähnlich sind wir uns dann doch nicht. Ich bin nämlich wirklich überlegen. Ja. Können wir uns den mal anschauen. Das wird er mir büßen. Da fällt dir nichts mehr ein, was? Jetzt bin ich am Drücker. Nee, wir sind am Drücker. Na los. Um seine Abfahrt zu verhindern, bräuchte ich deutlich besser... Okay, das bringt uns hier nicht weiter. Dann machen wir die Kontrolle nochmal. Du Schwachkopf. Was tust du? Tü, jetzt schalte den Countdown wieder ein. Diesmal ein wenig knapper. Bist du verrückt? Mach das sofort wieder aus. Gerne. Ist das hier der Ausschalter? Hoppla. Ach, was bin ich heute ungeschickt. Ich wünschte, es wäre jemand hier drin, der sich damit auskennt. Aber du musst ja leider schon gehen, nicht wahr? Du miese Kanalbazille. Was hast du wieder angestellt? Mal sehen. Vielleicht kann ich die Steuerung überbrücken. Bete, dass das hier klappt. Was tust du? Eingestört. Bete, dass das hier klappt. Eingestört. Ja, wir nutzen den Makido Sermi hier wieder. Was ist da? Haltet die Ma ein bisschen. Machen wir das mal wieder oben. Klingt aber so nichts. Seine Nähe ist dann noch hässlicher. Komm. Ich mache noch was zum... Schawalgo! Was? Nee. Sie werden mit dir reden. Hey, die Goal hat doch ihre Fernbedienung. Na und? Ja, das kann ich mir weiter reden. Schnapp dir die Fernbedienung. Nein. Hey. Hab sie. Und nun? Was sagen wir gleich? Aufdrücken. Ich rück auf die Fernbedienung. Nicht. Du... Ich... Flavortüten? Stech denen die Augen aus. Dann haben wir es doch mal geschafft. Dann können wir hier noch aufdrücken. Hab sie. Netter Versuch, Rußschmutz. Man müsste deine Hartnäckigkeit fast bewundern. Eigentlich sollte ich dich töten. Aber langsam tust du mir leid. Wer weiß, wie ich mich verhalten würde. Wäre ich auf einer Müllhalde geboren. Ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben. Ohne jede Hoffnung. Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen. Von alleine würdest du niemals aufgeben. Ein kleiner Tritt nur. Aber das ist leider unmöglich. Du hast da nämlich etwas, das mir gehört. Wir haben noch eine Fernbedienung, glaube ich, ne? Ich nehme mal die. Zum letzten Mal. Gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung. Ich weiß. Du brauchst die Aufstiegscodes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will. Dir geht es gar nicht um Goal, oder? Verplempere nicht meine Zeit, du Freak. Gib mir jetzt die Fernbedienung. Oder wir fliegen alle in die Luft. Die Bombe tickt. Upsi! Nein! Du hirnverbrannter Volltrottel! Ich sollte dich... Goal! Das war ja... Wow! Gut gemacht! Ja, sieht so aus. Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben. Aber offenbar lagst du richtig mit ihm. Warum hat er das nur getan? Ist doch egal jetzt. Hilf mir hoch! Ja, ja natürlich. Aber nicht bevor ich mich entschuldigt habe. Ich habe dir Unrecht getan. Ich dachte nur... Ich dachte, du würdest mich anlügen. Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen. Nicht ihm. Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten. Unfassbar! Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein. Und trotzdem war es so, oder? Kletus ist der Lügner, richtig? Ähm, naja... Äh... Ja, Kletus hat eine Lügung. Ich sag mal die Wahrheit. Äh... Na ja... Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Ja, eine Sache ist da eigentlich noch. Eine Sache wäre da noch. Was? Ich muss alles wissen. Ich weiß, der Zeitpunkt könnte günstiger sein. Aber nur wenn du mir alles erzählst, kann ich dir wieder vertrauen. Und ich will dir doch vertrauen. Deswegen will ich ihr alles erzählen. Hm... Ähm... Da ist doch irgendwas. Raus damit! Wie soll ich sagen? Ja, wie soll ich sagen? Sag es einfach. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Na ja... Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Achso, das wäre jetzt immer so weiter. Ich muss alles... Ich weiß aber nur... Und ich will... Ja, das machen wir einfach mal das Zweite. Ich will das eigentlich gerne mal sehen. Äh... Kletus hat dich nicht belogen. Was war das? Er hat die Zündsequenz nicht gestartet. Das war ich. Du? Heißt das etwa, Kletus hat mich gar nicht verraten? Ich habe ihn vollkommen zu Unrecht niedergeschlagen. Irgendwie schon. Aber dass ich dir die Wahrheit sage, zeigt doch, dass ich hier der Gute bin. Oder? Nein. Es zeigt lediglich, dass der bestmögliche Rufus immer noch schlechter ist als Kletus. Goal! Goal, lass mich nicht hängen! Ich habe dir doch alles gesagt. Goal! Na, Rufus? Hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Hm? Ich sagte doch. Du willst gar nicht gewinnen. Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun, du hast gut gespielt bis hierher. Aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch. Ich habe zwei Damen. Was hast du? Spielen wir jetzt rum? Psst! Tja, sieht so aus, als hättest du es mal wieder versaut, Rufus. Oder hast du etwa noch einen Trumpf im Ärmel, von dem ich nichts weiß? Ja, wir haben noch eine Fernbedienung. Janosch und seine Widerstandskämpfer werden jeden Augenblick hier oben sein. Diese Jammergestalten? Dass ich nicht lache! Ich bezweifle ernsthaft, dass überhaupt noch einer von denen am Leben ist. Das muss ein echter Hirni gewesen sein, der diesen Angriff ausgeheckt hat. Diese ganze Aktion ist dermaßen dämlich, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass du damit nichts zu tun hast. Hä? Ähm. Okay, Themenwechsel. Oh oh. Goal wird das nicht zulassen. Sag es ihm, Goal. Es tut mir leid, Rufus. Mir auch. Es muss schwer für dich gewesen sein, mir dein wahres Gesicht zu zeigen. Das hat er getan? Ich sehe jetzt, wer du bist. Ganz schön tapfer. Aber es reicht nicht. Leider. Du hast mich einmal zu oft enttäuscht. Du hast die Mädels gehört. Das Spiel ist aus. Okay, ähm. Das ist übrigens noch nicht das Ende. Ich habe noch die andere Verbindung. Hältst du das hier für ein Spiel? Es geht hier immerhin um einen ganzen Planeten voller unschuldiger Menschen. Jetzt hör schon auf mit deinem quasi moralischen Blödsinn. Es ging dir noch nie um die Menschen. Es ging dir darum, das Mädchen zu bekommen. Und was, mein Freund, unterscheidet dich dann noch von mir? Vielleicht die Tatsache, dass ich kein arroganter Schnösel bin? Genau. Du bist der schmutzige Underdog. Der Außenseiter aus der Unterschicht. Aber der bist du nur, solange du immer wieder verlierst. Du kannst nicht gewinnen, ohne genauso zu werden wie ich. Genauso wenig wie du auf Elysium leben kannst, ohne Deponea zu zerstören. Es gibt kein Szenario, in dem du gewinnst. Mhm. Bist du dir ganz sicher? Das ist noch nicht das Ende. Ich verstehe. Du hoffst auf einen dritten Akt. Der Held läuft auf die Startbahn, klopft an das Fenster des Hochbootes. Die Sache hat nur einen Haken, Rufus. Du bist kein Held. Du bist eine tragikomische Witzfigur. Und dies ist auch keine romantische Komödie. Es ist irgend so ein selbstreflexiver Independent-Scheiß, bei dem es am Ende keine Antworten gibt. Kein Happy End. Nur den Blick in das hässliche Spiegelbild, das zu allem Überfluss dann auch noch den Subtext ausplaudert. Das Chaos kann nicht gewinnen, wenn das Ziel die Ordnung ist. Irgendwie sowas. Ja, aber ich hab noch eine andere Fernbedienung in der Hand. Also, sei mal ganz ruhig. Ich hab noch die andere Fernbedienung. Dir fehlt noch eine Dame für dein Full Goal. Die kannst du gerne behalten. Das Spiel ist vorbei. Und der Hauptgewinn reicht mir. Zwei wundervolle, bildschöne Frauen. Eine rechts, eine links und ich in der Mitte. Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint. Mehr als genug Goal für einen maßvollen Mann wie mich. Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten. Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig. Das komplette Chaos. Wie Rufus. Genau. Vollkommen nutzlos. Ähm, du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich. Das gefällt dir doch so an mir. Ja. Ja, du hast recht. Aber es ist ein Teil von dir, Goal. Ohne ihn bist du nicht komplett. Das ist uns vollkommen wurscht. Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes. Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen. Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr. Danke, Rufus. Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen. Danke, Cletus. Weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen. Das ist doch das, was ihr am besten könnt. Leb wohl, Rufus. Du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer gewohnt. Nein, das kannst du nicht tun. Cletus, Goal gehört zusammen. Wartet, ich... Das wird langsam anstrengend hier. Auch das noch. Sie haben aufgehört zu schießen. Na, endlich. Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau. Aua. Rufus, alle mal aufgebascht. Es ist Rufus. Hurra. Janosch. Ihr lebt. Natürlich leben wir. Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Der Turm fliegt gleich in die Luft. Dann lass mich schnell alle zusammendrommeln. Vergesst mich nicht. Goal. Eh schon wieder. Goal, du... Aber warum bist du nicht bei Cletus? Tja, so verlockend die Aussicht, nach Hause zu kommen, auch war. Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst. Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt. Krawallgoal hätte das sicher dramatischer gelöst. Aber ich fand mich auch ganz lässig. Und Cletus hat getobt. Im Angesicht der drohenden Explosion hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht. Apropos Explosion. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby Goal nicht auch vermissen? Tja. Ich habe da noch was gefunden auf dem Weg hier runter. Sie wird es sich noch anders überlegen. Vertrau mir. Herr Botschafter, es wird Zeit. Der Turm ist evakuiert. Wir müssen unverzüglich los. Ja doch. Ja doch. Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst. Das wusstest du nicht? Wusste ich doch. Ich kann auch wieder gehen. Wirst du aber nicht. Argus' Plan zur Nichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen. Und wird dich bewegen, den Stolz abzulegen. Abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage und um schnabelt Tiere und um die Zuhörigkeit zu opponieren in Untergrundorganisationen. Aber es ist egal, lasst die Körper stehen. Jetzt ist sie zu spät zu gehen. Nur auf und sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? Hussabi, wer springt halt rum? Na, oh, doch noch nicht das Ende. Ja, und da sind wir auch angekommen am Ende von Chaos of the Ponyer. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Falls ihr, wie gesagt, oder wie ich das schon öfter mal vielleicht im Let's Play erwähnt hatte oder unter den Beschreibungen im Video sagt mal, was ich jetzt nicht zu spielen soll oder spielen könnte. Und ich werde mir dann ein, zwei Spiele raussuchen vielleicht, die ich gerne mal spielen würde von denen, die unten hinanden sind. Aber ich möchte euch hier auch gerne auf euch eingehen. Wenn euch irgendwas gefällt, irgendwas, was ihr schon lange, lange nicht mehr gesehen habt oder andersrum, was ihr unbedingt gerne mal sehen würdet, fragt mir einfach Bescheid. Ich spiele eigentlich so gut wie jedes Genre an Spielen. Allerdings bin ich nicht zugewandert in Aufbauspielen beziehungsweise so Roundtime-Strategie wie Final Fantasy oder so. Hab ich immer so meine Probleme mit. Aber ansonsten dürfte mich natürlich gerne für alles und jedes Spiel begeistern. Ja, und mich hat das Spiel sehr überrascht, muss ich sagen. Es war sehr angenehm. Ich sehe es jetzt nicht jeden einzelnen Produzenten vor, der hier irgendwie auftaucht. Ich bin den Leuten wirklich dankbar, dass sie das Spiel gemacht haben. Es ist wirklich schön geworden. Und ich freue mich auch schon richtig super doll auf den dritten Teil. Und ja, ich bin schlichtweg begeistert, auch von der Hintergrund-Grafik, wie alles bis ins kleinste Detail gemacht worden ist, wie die einzelnen... Da steht es übrigens auch gut, Erik Kronk, Kranke, genau so heißt er, der das Spiel auch ein bisschen Form und Gestalt nochmal gegeben hat. Viele, viele Leute haben mich wirklich auch hart daran gearbeitet. Die Leute möchte ich auch wirklich danken dafür. Und ich würde mal sagen, dass der dritte Teil auch bald in den Startlöchern steht. Ich denke mal, es wird auch wieder so ein halbes, bis dreiviertel, bis ein Jahr dauern, bis der dritte Teil danach ist. Sofern ich das mal irgendwo gelesen oder gehört oder gesehen habe, wird das wahrscheinlich auch eine Trilogie werden. Deswegen dürfen wir uns auf den dritten und letzten Teil sehr gespannt machen. Sehr gespannt sein, natürlich nicht gespannt machen. Und hier haben richtig also haufenweise... Pokis Familie, ach, das sind die Danksagungen an die ganzen Leutchen. Simons Mom, nicht Simons Dad. Ja, schön. Der Typ am Nachtschalter von Pokis Tankstelle, der ihm das ganze Benzin hier irgendwie gespendet hat. Ich bin ein bisschen erstaunt. Moment. Ja, das konnte ich jetzt so schnell vorlesen. Das hätte ich auch nicht mehr hingekriegt. Das ist wahrscheinlich das The Dalek Studio, wie sie reiben und leben. Und dann würde ich euch mal sagen, bis zum nächsten Mal oder zum nächsten Let's Play von Deponia 3. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.